Karl Marx ist der Vater des modernen Sozialismus. Er hat schon was zu sagen. Es hat auf jeden Fall was mit Kommunismus zu tun, oder? Ich weiß nicht. Der Kapital? Das Buch? Das Buch? Ja. Die meisten der Dinge, die er gesagt hat und er schreibt, sind recht. Ich finde wirklich gar nichts damit. Also der Name ist mir natürlich bekannt, aber... Er schrieb ein sehr wichtiges Buch, von dem die kommunistische Ideen eröffnen. Die Wirtschaftslehre, das Kommunistische Manifest, den ganzen Kerschel halt. Also die Thesen sind ja an sich irgendwie sehr interessant und im Prinzip auch sehr positiv eigentlich. Seine Ideen sind nahe zu mir. Und ich denke, er hat für die Justiz. Ich denke, es ist wert, dass es auch mit dem Reise der rechten Wings wieder zu denken. Die Ideologie, die er gebt hat, hat sich überall auf der Welt gespürt. Er hat uns die Geschichte, seine Ideen. Diese komplette Utopie-Kram wirklich so ein bisschen aus der Birne verschwunden. Weil die Sachzwänge sind die Sachzwänge und sind die Sachzwänge. Ich persönlich denke, dass es etwas, was er sagt, muss sich ändern. Weil die Zeit verändert und wir sind nicht in der gleichen Situation wie er war. Ich persönlich denke, dass ein paar Dinge müssen sich ändern und adaptiert zu unserem Zeitpunkt. Aber was sind die Reise der Erachter der Erachter? Ich stehe sie immer noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017